Also, zwei Eis, bitte. Einmal in der Waffel. Wie viele Kugeln? Viele. Ich hätte gern eine Kugel Schoko. Und dann noch einen Schoko. Nochmal Schoko und dann noch eine. Sag doch gleich, dass du viermal Schoko willst. Ja, aber fünfmal Schoko. Vielleicht ziehst du erst mal die fünf Schrauben in deinen Kopf an, Kleena. So, können wir denn schon bis fünf zählen? Wir können sogar bis sieben zählen. Bitte im Becher Erdbeere, Pistazie, Tiramisu, Vanille, Karamell, Zitrone, Erdbeere. Und wenn es geht, die Pistazien nicht an die Zitrone kommen lassen. Und Vanille nur, wenn da auch, ähm, sind da künstliche Aromastoffe drin? Jede Menge. Gut so, dann lieber zweimal Vanille und dafür keine Zitrone. Sonst sind wir nämlich schon bei acht. Wo war nochmal Karamell? An fünfter Stelle. Aber zählen könnten wir doch eigentlich schon bis sieben, oder? Oh, so. Okay. 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 Vielen Dank.